Schönen guten Tag! Ich wurde in den Kommentaren gefragt, wie man in Entschrouded Schleim bekommt und das zeige ich euch ganz einfach. Und zwar gibt es beim Alchemisten, wenn ihr auch den Mörser habt, Schleim herzustellen, einmal aus Erde, Miasmaflüssigkeit und Insektenstaub. Ich gehe jetzt die ganzen einzelnen Dinge mal ab, wie ihr das bekommt. Ich muss euch, glaube ich, nicht groß erklären, wie ihr Erde bekommt. Klar, Spitzhacke, rein in die Erde und fertig. Die Miasmaflüssigkeit zeige ich euch jetzt. Und zwar bekommt ihr die Miasmaflüssigkeit aus diesen Kugeln hier. Ihr müsst euch natürlich im Miasma befinden. Ich habe die hier jetzt genau an diesem Ort gefunden und hier könnt ihr die einfach einsammeln. Ihr seht, das geht ratzfatz. Die gibt es überall, also da gibt es wirklich keinen Mangel. Ja, so kommt ihr an die Miasmaflüssigkeit. Jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, wie wir den Insektenstaub bekommen und das zeige ich euch jetzt auch mal. Und zwar brauchen wir dafür Brutlingsbeine und die gibt es immer hier von diesen kleinen Viechern. Die sterben mittlerweile einfach so, wenn sie in meiner Nähe kommen, weil ich Zauberer bin. Aber so sehen die aus und wenn die sterben, könnt ihr das einfach einsammeln. Denn die findet ihr auch im Miasma und sind auch nicht schwer zu farmen. Also je nachdem, welches Level ihr habt, kippen die ja sehr schnell um. Ich habe jetzt hier die Feueraura, dass die allein in meiner Anwesenheit schon umkippen. Das ist sehr simpel. Auf jeden Fall zu farmen, da kommen immer mehr raus. Da kriegt ihr einiges zusammen. Jetzt zeige ich euch das nochmal kurz in der Praxis, wie es dann aussieht, wenn man das Ganze fertig zusammenstellt. Ja, und hier sind wir mit dem gesammelten Material wieder beim Alchemisten. Können aus den Brutlingsbeinen Insektenstaub herstellen. Das machen wir ein paar Mal. Und dann hier beim Schleimen haben wir alle Sachen, die wir brauchen. Miasma, Flüssigkeit, Insektenstaub und Erde. So also sehr einfach zu farmen und sehr, sehr schnell herzustellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wenn euch das geholfen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Liebe Grüße und bis dann. Liebe Grüße und bis dann.